. Vielen Dank. 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 Cheers. 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 Stimmt's! 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 Das hat er ¡! Das ist jetzt! Stimmt's! Halt die Reihe! Riegel Nummer 10, Nigo Smacke, direkt Eintracht Nordrhein in Führung. Riegel Nummer 10, Nigo Smacke, direkt Eintracht Nordrhein in Führung. Nigo Smacke, direkt Eintracht Nordrhein in Führung. Eine Durchsage für alle, die mit dem Auto da sind. Folgendes Fahrzeug steht falsch. Göttingen AV 160. Göttingen AV 160. Jede Berg hat USA an Sektion Gütterkumpa. Göttingen AV 90. Und es beginnt die letzte Spielblette. Musik Musik Kurz vor Schoß erlögt Adia Kuhn-Haus noch auf 4 zu 2. Das ist auch der Endstand zwischen der JSG A9 und der Felfers und FC Eintracht Nordrhein 2 zu 4.